Musik Da mir aufgefallen ist, dass einige von euch noch ein geringes Level haben in GTA Online, weil sie eben neu angefangen haben oder eventuell wieder eingestiegen sind in GTA Online mit einem neuen Account, werde ich auch in der nächsten Zeit wieder einige Sachen rausbringen, wie ihr schnell und einfach leveln könnt. Aus diesem Grund habe ich in diesem Video einen RP Glitch für euch, mit dem ihr super schnell und einfach leveln könnt. Ich hoffe, es hilft euch weiter und gefällt euch. Zeigt es mir super gerne mit einem Like. Eventuell schaffen wir auf dieses Video ja die 300 Likes wäre richtig, richtig fett von euch. Lasst mir unbedingt ein Abo da, aktiviert die Glocke und haut mir einige Kommentare rein für den Algorithmus, damit der Algorithmus wieder richtig reinkickt. Jetzt grüße ich wieder die ersten drei Leute, die mein letztes Video kommentiert haben. Und das waren Dalma Ali, Chris Schiss und Maisam Gholami. Wenn du auch in einer meiner nächsten Videos von mir gegrüßt werden möchtest, dann abonniere jetzt meinen Kanal, aktiviere die Glocke und sei einer der ersten drei Leuten, die mein Video kommentiert haben. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Let's go! Hol dir 10% Rabatt bei meinem Partner JG Gaming mit dem Code Piero. Bei JG Gaming findest du alles, was dein GTA Online Herz begehrt. Egal was du brauchst, sei es ein Money Boost, ein Rank Boost oder auch ein Unlock All Account, bei JG Gaming wirst du auf jeden Fall fündig. Auch für andere Games findest du bei JG Gaming einige Artikel, sei es Fortnite, FIFA oder auch andere Games. Also check auf jeden Fall nach diesem Video JG Gaming ab und spare mit dem Code Piero 10% auf deine Bestellung. Kuss, Kuss und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, der heutige RP Glitch geht leider nur auf der Playstation. Wenn du jetzt aber auf der Xbox oder auf dem PC spielst, werde ich dir oben bei dem i auch ein Video verlinken, wo du auch auf der Xbox und auf dem PC schnell leveln kannst. Dazu habe ich auch öfter Videos rausgebracht. Einfach auf die Infokarte klicken und dort werde ich dir dazu auch ein Video verlinken. Wenn du jetzt auf der Playstation spielst, brauchst du noch einen Freund. Wenn du keine Freunde hast bzw. Leute hast, die aktiv GTA spielen oder die dir bei dem heutigen RP Glitch helfen wollen, dann schreib einfach deinen Ingame Namen in die Kommentare und frag in den Kommentaren nach, ob dir jemand dabei helfen möchte. Hast du jetzt alle Voraussetzungen erfüllt? Du hast eine Playstation und hast einen Freund parat? Dann gehst du jetzt einfach in die Videobeschreibung. Dort habe ich dir eine Spieleliste verlinkt. Einfach auf den Link klicken, im Social Club dich mit deinen PSN Daten anmelden und diese Spieleliste eben in dein Online Spiel markieren. Wenn du die Spieleliste dann markiert hast, kannst du GTA Online starten. Hier kommt dann noch ein wichtiger Schritt. Du solltest nämlich eine Einladungssitzung starten. Denn dort hast du nachher mehr Runden verfügbar und wenn du dann in der Sitzung gespawnt bist, gehst du einfach auf deine markierten Spielelisten und wählst die Spieleliste aus, die ich dir eben in der Beschreibung verlinkt habe. Dann kannst du die Spieleliste schon starten. Im Jobmenü lädst du dann noch deinen Kollegen ein und sonst solltest du alle Einstellungen so lassen. Gewinne mit Runden sollte bei dir 7 stehen. Das ist nämlich der Vorteil an einer Einladungssitzung. Und in diesem Job solltest du dich nicht bewegen. Das steht auch nochmal in der Jobbeschreibung. Noch ein kleiner Hinweis, bevor ihr den Job startet, solltet ihr euch noch ein Gummiband bereitlegen, womit ihr gleich den rechten Stick fixiert. Im Job werdet ihr nämlich feststellen, dass ihr beide in einem kleinen Gefäß bohnt, wo Wasser drin ist. Und um sicher zu gehen, dass ihr wirklich nicht gekickt werdet und das AFK ohne etwas zu tun laufen lassen könnt, solltet ihr ein Gummiband nehmen und den rechten Stick fixieren. Das könnt ihr ganz einfach machen, wenn ihr ein Gummiband habt. Dann macht ihr das einfach so rum, dass er nach rechts zeigt oder nach oben in irgendeine Richtung, dass er sich bewegt. Und dann könnt ihr das die ganze Zeit laufen lassen. Die Runden gehen richtig, richtig schnell. Und das ist eine super Methode, um schnell zu leveln. Und gerade um die ersten 100 Level zu erreichen, ist das wirklich perfekt. Und damit könnt ihr ohne etwas zu tun richtig viele RP machen. In GTA Online, wie gesagt, gerade für die ersten 100 Level ist das perfekt. Ihr braucht keine großen Voraussetzungen, außer jetzt ein Freund oder auch das Gummiband. Ihr könnt es auch ohne Gummiband versuchen. Aber da besteht immer noch eine kleine Gefahr, dass ihr aus dem Job gekickt werdet. Aber versuchen könnt ihr es natürlich. Ich hoffe, dass euch das Video weitergeholfen und gefallen hat, damit ihr damit auch richtig viele Level machen könnt. Lasst mir deshalb unbedingt ein Like da, damit ich auch sehe, wie vielen Leuten ich dabei helfen konnte. Schreibt mir gerne noch in die Kommentare, welches Level du gerade in GTA Online bist. und schreibt mir auch gerne rein, ob dir das Video geholfen hat. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Haut rein und ciao Leute.